Für den Affinity basierend auf dem Fiat Ducato mit einem 180 PS starken 2,2 Liter Motor und einem neuen Gang-Automatik-Getriebe ist Flexibilität das Schlüsselwort. Dieser Van entworfen für bis zu vier Personen bietet eine anpassbare Raumaufteilung für Familien oder Paare. Mit einer L-förmigen Küche, integrierter Duschkabine, einem gemütlichen Essbereich und bis zu vier Schlafplätzen, darunter ein innovatives Etagenbett und ein verschiebbares französisches Doppelbett, definiert der Affinity Komfort und Raumoptimierung neu. Modernste technische Ausstattung und eine winterfeste Konstruktion mit Doppelboden und hervorragender Isolierung garantieren ganzjährige Reisefreude.